So, dann gibt es mal eine Schnellrunde Fische. 4 Euro Einsatz. Gucken, ob noch welche kommen hier. Oh, es zieht noch was ran hier. Schade, macht doch nicht. Und heute gibt es mal eine Doppelbuch. Das kommt Attacke. Einkauf. Das ist ja schon mal was. Und der Geier. Schöne Mische. Muss noch mal was kommen. So. 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 Das war's. Das war's. 4xK kommt noch dazu. So, dann machen wir mal Kassensturz. 200 und 1. Und dann gibt's mal hier noch 10 Freispiele. Los geht's. Correo! Correo! So viel will er wohl nicht mehr raushauen hier. Bleibt bei zarten zwei Stück. So, dann schauen wir doch mal, ob es hier noch einen Klunker gibt. 4 Euro Einsatz. Vielleicht packt er uns ja die Uhr voll hier. Boah! 40. So, schon ein bisschen mehr. Und eins haben wir noch. Bleibt dabei. Und heute drehen wir mal hier noch eine Runde. Mal schauen, ob der noch was rausrückt hier. 12 Versicht. So. 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 auch nicht immer noch schwarz und er schreit dann nicht und wir drehen mal hier noch ein paar rund 4 euro und los ich 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 Das war's für heute. Oh, jetzt kommt schon nach uns den Häuptling rein. Hier passiert wohl nicht mehr Fülle, wa? Der Anfang war ja nicht schlecht. Und jetzt kommt schon nach uns den Häuptling. Das war's. Ja, los, wir wechseln noch eine Runde. Und heute mal eine Runde T-Zona, 2 Euro Einsatz. Gucken, der noch was für uns übrig hat hier. Na, schieb mal so einen Zahnstocher rein. Was ist denn hier? Ja, los, legt nach hinten. Tolle Wurst, 48. Dann schauen wir doch mal hier rein. Dann schauen wir doch mal hier rein. Na, Wahnsinn. Und dann gibt es mal hier 9 Freispiele, 4 Euro Einsatz. Drei dazu. Und die 10 kommt schon weg. Dann nehmen es mal hier nehmen. Dann nehmen die 100 Euro sudden. Und dann nehmen sie hin. Und dann nehmen sie hin. Und dann nehmen sie hin. Dann nehmen sie hin. Das ist das nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir steigern uns. Das war's für heute. 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 Und heute drehen wir mal wieder hin. Und los geht's. Wir sind nur am klauen hier. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.